Wie meine Brüder und Schwestern vor mir, werde ich sieben. Okay, Leute, wir können es hier versuchen oder woanders sterben. Kein Stress. Es geht los, Leute. Ziehen wir es durch. Es geht los. Der nächste Ring ist weit weg. Falls ihr eine Rakete habt, solltet ihr sie jetzt benutzen. Da drüben steht einer von den Bösen. Feuere! Ich brauch eine Waffe. Lade nach! Achtung, es gibt einen neuen Kill-Spitzenreiter. Neuer Kill-Spitzenreiter. Jetzt geht's los. Ich bin am Boden. Wir haben jemanden verloren. Jetzt gibt es nur noch uns, du Knaller. Einer dieser Stimper schießt auf mich. Subjekt am Boden. Ein Gegner weniger. Lade nach. Lade nach. Dieser Stil bedeutet das Ende des gesamten Squams. Ich bin froh, dass du in meinem Team bist. Ganz ruhig bleib. Ich hab den Tag gerettet. Ich hab das Abzeichen. Sorge für medizinische Versorgung. Wir haben jetzt noch eine Minute. Sind wir leben wollen? Evo-Schild hier, Leute. Stufe 2. Das war der Hammer. Wir haben uns schnell, schnell, schnell. Wir haben hier ein Subjekt gesichtet. Ich knall diese Stimpe ab. Ich knall diese Stimpe ab. Achtung. Ich knall diese Stimpe ab. Ich knall diese Stimpe ab. Ich knall diese Stimpe ab. Ich knall die Stimpe ab. Lade Schilder auf. Hier ist ein Erweiter für Schmeres Magazin. Du bist bereit. Das nehme ich. Lade Schilder auf. Ich brauche leichte Munition. Lade meine Schilder auf. Sorge für medizinische Versorgung. Ich brauche Schilde. Hier ist eine Schildzelle. Hier ist eine Schildzelle. Vielen Dank. Ich schreibe alles auf euren Deckel. Hier ist eine Optik für Mitteldistanzen. Hey, amigos. Der Türta gehört nicht zu uns. Feiere! Lade nach! 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 Sie haben mich aufgenommen. Wir sollten hier entlang gehen. Lade nach. Wurscht nachladen. Da. Stehe unter Besuch. Oh, heile mich. Oh, der ganze Squad ist Geschichte. Begeben wir uns zu diesem Sektor. Ich kann gar nicht glauben, dass ich stillstehe. Du hast Glück, dass ich dich mache. Sorge für die medizinische Versorgung. Heile! Ich gönne meinen Schilden eine Aufladung. Der nächste Ring ist weit weg. Vereilung. Jetzt geht's los. Sag doch dein Replicator, Leute. Sprungkissen unterwegs. Gib mir eine Sekunde. Muss mich heilen. Keine meine Wunden. Lade meine Schilder. Wir haben einen Frontturm. Nur so zuerst hoch. Heile meine Wunden. Erhalte die Gesundheitszunüge. Lade Schilder. Gehen wir allein, okay? Lade Schilder auf. Lade Schilder. Lade Schilder. Lade Schilder. Das ist eine Minute. Nicht mehr weiter zu bringen. Sie sollten informisieren. 45 Sekunden. Der Ring ist nicht weit weg. Also nichts wie hin. Der Ring ist um die Ecke. Und wir haben 30 Sekunden. Hier ist eine Schitzelle. Hier ist eine Schitzelle. Okay, 10 Sekunden. Der Ring ist in der Nähe. Das bringt das Blut in Warnung. Nur zwei Sekunden. Was könnte hier drüben wohl sein? Der Ring schießt sich. Jetzt sind alle außerhalb des Rings und er bewegt sich. Das ist Wahnsinn. Ich vermute, wir werden hier etwas finden. Die Belohnungen in diesem Care-Paket könnten eine entscheidende Variable sein. Das könnte hier drüben wohl sein. Ich vermute, wir werden hier etwas finden. Ich verzichte. Das ist ja Dude, wir werden hier beantragen. 4. 7. 10. 8. 14. 35. 20. 60. Wferde! 40. 40. 61. Gehen wir hier rüber. Hier ist eine Todeskiste. Ich habe hier eine Anpassung. Turbolader. Ich habe hier einen mobilen Respawn-Sender entdeckt. Hier ist eine Prowler-MP. Hier ist ein Phoenix-Kid. Hier ist eine Prowler-MP. Hier ist eine Prowler-MP. Da ist eine Prowler-MP. Hier ist eine Prowler-MP. Jetzt sind wir Unteck. Hier siehst du in unsub Guess. ? Dressing. Was ist das? Wir haben unsere Apex-Champions. Untertitelung des ZDF für funk, 2017